hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten video von splatoon ihr wisst ihr beim letzten mal hatten wir die 52 gallon und haben verloren und dieses mal nehmen wir den junior klexa plus in meinem ersten video haben wir den junior krexer genommen und so nach der pause hoffe ich dass jetzt jemand zu mir kommt also in mein team hier ist ein pink und iman ist leider nicht bei uns trotzdem geht es weiter ich probiere jetzt mal kurz was aus ich hoffe das stört euch nicht ok hat mich ein bisschen gut und dann nehmen wir die zürich hier in der nähe müssen wir in die füße die füße ich bin ein bisschen gut da vorne ist da Ok, das war dumm, ich habe versucht da hinzukommen, aber das fällt wahrscheinlich nicht zu sein. Okidoki, aber ich geh jetzt einfach mal weiter. Oh Gott, ich habe ihn gesiegt, den wollte ich gerade auch besinnen, war das nicht derselbe? Egal. Was, noch ein paar Minuten? Ok, das sind gerade ein bisschen unter Zeitdruck. Oh Gott, es wird ja immer besser. Oh Gott, es wird ja immer besser. So, die sind jetzt nicht mehr. Ok. Wer hat wohl gewonnen? Wir haben gewonnen? Nein, ganz knapp. Ok. Ich war wieder vorletzter. Und das würde ich nur sagen, war es das. Tschüss. 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 Vielen Dank.